Musik 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 Das ist ein Nears-to-Bit und jetzt ist alles gut, dass ihr euch ein paar Videos auf dem Kanal auf Trendy Watches Also Leute, in den letzten Tagen habe ich für Titan, Fastrack, Daniel Callum Ich hatte einen Branded Watches, einen Locked Watches, weil es sehr gut war, aber sehr einfach war. So heute habe ich einen Hut für euch. Es ist ein Time-Space watch und es ist sehr unterschiedlich. Es ist eine gute Feature, die es ist ein Strap. Es ist ein Magnet, mit dem mangeladen wird es leichter sein. Es ist ein Magnetik Watch. Ich werde das Wort auf dem Magnetik und dieses Watch ist sehr gut für mich. Die Dial war sehr sehr klassisch. So, jetzt machen wir die Watch und die Preis ist sehr wenig. Das bedeutet, dass es über 500 Euro ist. Und jeder kann es ausforschen. So, jetzt machen wir die Watch. So, jetzt machen wir die Watch. Die Box ist nicht so, dass ich etwas zeigen kann. So, jetzt können wir sie offen machen. So, jetzt machen wir die Watch. Oh, das ist so! Es ist gut in der Box. Da muss ich etwas geben. Aber es ist keine Frage, die Watch ist so einfach. So, Leute! So, das ist die Watch. Wir haben die mit den Sieben. Und die Sie haben, die Sie schon mal sehen. Und die Sie haben, was ich sehen? Es ist ein Glas, aber es ist ein Glas. Ich zeige euch, dass ich die Watch für euch gekommen bin. sich die und es ist eine andere Straf wie ist die andere Straf? ihr könnt es sehen, es ist ein sehr starkes Straf habe ich in meinen Häusern gepackt, es ist eine sehr starkes Straf und es ist dieses Straf ihr könnt es sehen, dass es ein Blügel ist und dieses Blügel ist es ein Magnet es ist ein Magnet in dem Zwar ist habe es kann ich habe ich habe ich ich habe mir mit der Beste 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 so ich habe mir sehr gut so es ist und ihr habt ihr habt und du kannst du mich wie gut fühlt es habe ich in meinem Haken eine transparente, die in deinem Hand ist, wird in dieser Hand kommen. Und warum es so transparent ist, ist es sehr lightbitten ist, ich werde es gerne für euch. Die Preise, wie ich vorhin gesagt habe, ist es sehr wenig. Die Strap ist etwas anderes. So, ein Mal sehen Sie es wieder, etwas mit dem Strap. und in diesen Strap die Numbar und die Numbar sind die Trenspanzen und die Numbar sind und die Numbar sind und die Numbar sind und die Numbar sind und diese Strap ist sehr leicht und sehr gut und nicht nach hinten sondern nach hinten ist die Numbar sind schauen wir uns zu sehen ich will Ihnen ein paar Bilder Ich zeige euch, wie es ist, und in anderen Bereichen, wie es zu sehen, wie es zu sehen. Musik Musik So, guys, this was the watch and after seeing this view, you will confirm that your watch is so much better und in Ihren Händen kann man so viel besser sehen. So, jetzt kommt die Frage von den Preis. Die Preis ist 1599 Euro. Das ist 16 Euro. Aber ich habe gesagt, ich habe die Bounds von unten bekommen. So, ich habe keine Angst. Für euch, ich habe solche Watches. So, es ist ein On-Sale Preis. Es ist viel Discount. Es ist viel Sales. Es ist ein On-Sale Preis. Es ist 449 Euro. Es ist 449 Euro. Und bei diesem Preis ist es so gut und so viel. Es ist ein Extraordinary Watch. So, Leute. Please, wie habt ihr euch gefallen? And, please do not forget to subscribe our Channel. Wenn ihr auf meinem Channel neu seid. And, please do like our Video. Wenn ihr Like macht. Dann wird mir auch Motivation bekommen. So, danke für mein Channel. Love you all. Bye. Bye.